Hallo Leute und willkommen zu diesem Video von mir. Heute gibt es meinen Homecoming Vlog und ich bin so gespannt. Es ist jetzt gerade 10 Uhr und ich fange jetzt mal an meine Augenbrauen zu machen, also nicht zu schminken, sondern nur zu zupfen. Ich habe richtig Lust darauf, ich freue mich so unglaublich tolle. Danach mache ich noch meine Nägel und dann mache ich mich heute Abend halt erst richtig fertig, weil es fängt erst 8 Uhr an. Und genau, viel Spaß beim Video. Hello Leute, also, ich muss mal kurz auf Pause machen hier. Also, also, ich habe jetzt vorhin schon meine Nägel gemacht, die sind aber noch nicht ganz fertig, muss noch einen Topcoat drüber machen. Und meine Augenbrauen habe ich gemacht. Ja, ich finde diese hätte es besser geworden, aber ist okay. Und danach war ich mit meinem Gastbruder und einem Kumpel unterwegs und jetzt werde ich aber anfangen mich fertig zu machen. Also erstmal werde ich noch Topcoat drüber machen und danach werde ich mich fertig machen. Also, ja. Also Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt quasi schon fertig gemacht. Ich habe jetzt nicht so richtig Locken gemacht, sondern mehr wie so ein Blowout. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe halt einen großen Lockenstab benutzt. Eigentlich hätte ich mir denken können, dass meine Haare dafür zu kurz sind. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also, ich finde es ganz süß. Und jetzt werde ich mir mein Kleid hüpfen. Das ist übrigens mein Make-up. Ich habe so, ich habe hier so dunkel gemacht und dann so eine helle, helles Glitzer wie so. Und, genau. Jetzt geht's ins Kleid. Ich nehme jetzt mein Kleid an. Ich zeig's euch jetzt komplett. Das sind meine Schuhe. Und das ist mein Kleid. Ich finde es so schön. Und, ja, das ist mein Make-up und mein Look. So, ja. Ich finde es eigentlich ganz süß, so wie ich aussehen. Genau. Ich bin richtig glücklich. Ich finde es richtig schön. Jetzt gibt es einmal kurz einen Rückblick zu dem Tag, an dem ich mein Kleid gekauft habe. Ich habe heute erst mein Homecoming Kleid gekauft und meine Schuhe auch. Ja, ich bin so happy. Also, das Kleid war halt eigentlich schon relativ teuer für ein Homecoming Kleid und dafür, dass ich es wahrscheinlich nur einmal anziehe. Also, ich plane, es nochmal anzuziehen. Zum Beispiel auf der Taufe von meiner Nichte oder so. Aber, ja. Es ist so mega schön. Ich finde es so schön. So, ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Ja, es ist jetzt kurz vor elf und es hat mega viel Spaß gemacht, aber alle sind schon ein bisschen früher gegangen. Zumindest alle meine Freunde, weil danach wird es halt mit dem Rausfahren schwierig. Ähm, genau. Es war mega, mega schön. Aber ich erzähle euch das gleich jetzt mal, wie es so war. Also, es ist nicht die professionellste Aufstellung hier, aber ich dachte, ich erzähle euch einfach schnell, wie es war. Übrigens, meine Locken sind alle komplett draußen, aber es ist okay. Es hat so viel Spaß gemacht. Also, am Anfang sind wir erstmal reingekommen, dann war es erstmal eine halbe Stunde ziemlich awkward, weil halt alle halt alle rumstanden und haben so ein bisschen gewartet, dass es so richtig losgeht. Ähm, dann ging es halt los. Dann war es so, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde tanzen. Danach wurde Homecoming King und Queen, ähm, ja, verraten. Und dann war halt deren Tanz. Und danach wurde dann einfach nochmal getanzt, so alle. Und es war mega, mega cool. Ähm, wir haben so Tänze gemacht, so zu Liedern, die halt, also so Tänze, die zu den Liedern gehören, so. Wisst ihr, was ich meine? Wie zum Beispiel Macarena und der Macarena-Tanz, so. So ein Beispiel. Also, das haben wir jetzt nicht getanzt, Macarena, aber so, damit ihr wisst, was ich meine. Und es hat so viel Spaß gemacht, aber ich wusste, also ich kannte diese Tänze halt alle nicht. Dann mussten mir meine Freunde das halt beibringen, wie man die tanzt. Ähm, aber es war richtig cool und es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben dann halt einfach getanzt bis um halb... elf. Und, ja, jetzt sind wir alle nach Hause gegangen. Und ich bin jetzt auch richtig kaputt. Und ich hab mir auch tatsächlich, also keine Blase gelaufen, aber, ähm, von meinem, von meinem linken Schuh, ich weiß nicht wieso, aber da hat das hier gekratzt. Und bei dem rechten Schuh hat's halt nicht so gekratzt oder so. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die vorher mal einlaufen sollen. Aber, sonst, ähm, war's mega cool. Und, ja, also, wenn ihr die Chance habt, auf ein Homecoming zu gehen, wenn ihr ein Auslandsein macht, macht's. Es ist eine tolle Erfahrung. Also, es war echt cool. Und ich freu mich schon richtig auf Prom. Ist ja jetzt auch gar nicht mehr so mega lange hin. Also, ist ja irgendwie, ich glaub, im Januar irgendwann. Aber, genau. Auf jeden Fall, das war's jetzt eigentlich auch schon mit meinem Video. Tut mir leid, dass ich nicht so viel gefilmt habe währenddessen. Aber ich wollte's halt auch genießen und nicht die ganze Zeit die Kamera rausholen. Ähm, genau. Habt noch einen schönen Tag und danke fürs Zugucken. Abonnieren, Daumen hoch, nicht vergessen. Und, ja, bis dann. Abonnieren, Daumen hoch, nicht vergessen.